Wundern tut es uns nicht. Und dabei ist Burger King nicht das eine schwarze Schaf, sondern der Normalfall. Und das Ganze ist einfach schlichtweg branchenübergreifend. Aber warum ist das so? Warum versagt die Kontrolle des Staates? Warum ist Burger King hier die Kontrolle egal? Warum kann der Franchise-Unternehmer so handeln? Warum reagieren die Angestellten nicht? Und warum reagiert der Kunde nicht? Es ist das Geld. Der Staat spart am Personal, um Geld zu sparen und kann dadurch keine echten Kontrollen durchführen. Burger King und seine Franchise-Nehmer wollen ihren Gewinn optimieren, denn es sind schlichtweg kapitalistische, gewinnorientierte Unternehmen. Das alles ist so nur möglich, weil unser Staat von der Wirtschaft gelenkt und bestimmt wird. Sprich, der Staat erlässt die Gesetze nicht im Sinne der Bürger, sondern im Sinne der Wirtschaft. Würden die Politiker, die ja durch den Bürger gewählt werden, auch für diese Bürger arbeiten, für sie entscheiden, in ihrem Sinne handeln, wäre das gar nicht möglich. Würden Politiker wirklich für die Bürger arbeiten, die ja eigentlich die Eigentümer des Staates sind, wäre das alles so gar nicht möglich. Doch in unserem Land ist der Staat nur dazu da, die Bürger zu verdummen und ihre Ausbeutung zu ermöglichen und zu optimieren. Anders gesagt bedeutet das, dass Burger King nur die Spitze des Eisberges ist. Burger King ist nicht der Ausnahmefall, sondern die Regel. Doch was kann man dagegen tun? Man kann sich verweigern. Der Arbeitnehmer kann die Arbeit verweigern und der Kunde sollte einfach den Konsum verweigern. Sprich, Arbeitsverweigerung, Konsumverweigerung sind die einzigen Mittel, die diesen Teufelskreis der Wirtschaft brechen können. Um diesen Teufelskreis aufzuheben, um ihn zu entrinnen, ihn zu brechen, brauchen wir nun mal einen Staat von Bürgern für Bürger. Also einen echten demokratischen Staat. Nicht das, was wir jetzt haben. Einen von der Wirtschaft gelenkten Staat. Und wir brauchen Bürger, die sich gegen diesen Wirtschaftsstaat stellen, sich ihm verweigern, hier einfach Nein sagen. Denn nur wenn die Wirtschaft merkt, dass sie die Leute nicht mehr manipulieren kann und für dumm verkaufen kann, wird sich etwas ändern. Und solange wir eben nicht dazu bereit sind, uns dieser Wirtschaftsmonarchie zu verweigern, wird sich auch nichts ändern. Wir werden zwar immer wieder ein paar Unternehmen an den Pranger stellen, aber die Masse der Ausbeuter und Sklaventreiber wird bestehen bleiben und weitermachen wie bisher. Das ist hier.